Guten Tag, ich heiße Kaliovi Fotiadu und ich arbeite bei der Firma TENSA International in der Anwendungsrechnik. Ich möchte Sie hier mit zu unserem nächsten Webinar am Freitag, den 24. Juni um 10 Uhr einladen. Auf vielfachen Wunsch nach unserem letzten Webinar greifen wir diesmal das Thema Trätschistabilisierung mit Geogittern auf. In diesem Webinar informiere ich Sie über die Funktionen und Wirkungsweise mit Geogittern und behandle Fragestellungen wie zum Beispiel, wo und wann können Geogittern eingesetzt werden? Oder wie funktionieren Stabilisierungsgeogittern? Wie wird die Funktion Stabilisierung in Untersuchungen in Makro- und Makroebene erfasst? Wie werden Tragschichten mit Stabilisierungsgeogittern dimensioniert? Und welche Auswirkungen haben solche Geogittern auf die Wirtschaftlichkeit, auf die Gebrauchstaglichkeit und Nutzungsdauer und auf die Nachhaltigkeit? Am Ende des Vortrages werde ich Ihnen einige Beispiele zeigen aus der Praxis und dann werde ich Fragen von Ihnen live beantworten. Sie können sich unter www.tenza.de registrieren. Ich werde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Ich werde mich freuen, wenn Sie dabei sind, wenn Sie dabei sind, wenn Sie dabei sind, wenn Sie dabei sind,